Vor ein paar Tagen war hier noch reges Treiben. Doch jetzt bleiben alle zu Hause. Und das ist auch gut so. Bitte bleiben Sie noch zu Hause, dass wir bald wieder in Kleve flanieren können. Und gemeinsam mit Freunden und Kollegen und der Familie in Cafés und Restaurants sitzen können. Damit wir alle wieder hier oder hier oder hier in schöner Atmosphäre und mit guter Beratung shoppen können, ist es wichtig, dass Sie den lokalen Handel jetzt unterstützen. Und das geht. Die Kleve Händler und Gastronomen bieten nämlich vielfältige Möglichkeiten. Telefonische Beratung, Online-Beratungen, Bestellungen, Abholung und persönlichen Liefer-Service. Auf der Internetseite innenstadt-kleve.de finden Sie eine Übersicht zahlreicher Klever Händler und Gastronomen mit ihren Kontaktmöglichkeiten und Services. Bleibt dem lokalen Handel treu und geht auch gerade in dieser Zeit Online-Heimat shoppen. Dann können wir bald auch wieder gemeinsam die tolle Atmosphäre unserer schönen Einkaufsstadt Kleve genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.